Das Ohr einer Kuh steckt voller Informationen. Die intelligenten Ohrsensoren von CarManager wissen alles über die Gesundheit, Fruchtbarkeit, Ernährung und den Standort der Kühe. Die Sensoren messen die Ohrtemperatur der Kühe rund um die Uhr und zeichnen jede Minute ihre Aktivität, ihr Wiederkäuen und ihr Fressverhalten auf. Der Ohrsensor ist mit einem elektronischen RFID oder BlankTag kompatibel. Sie scannen den QR-Code des Sensors und verknüpfen ihn mit der richtigen Kuh im System. Der Sensor kann dann mit nur einem Handgriff im Ohr der Kuh fixiert werden. Die Daten aller Kühe werden von drahtlosen Routern innerhalb oder außerhalb des Stalls erfasst. Befinden sich Ihre Kühe in mehreren Stellen, platzieren Sie einfach einen zusätzlichen Router, um die gesamte Herde abzudecken. Die gesammelten Daten werden an eine Hauptantenne weitergeleitet, welche an einen Computer angeschlossen ist. Laufen Ihre Kühe auf der Weide? Mithilfe eines Solar-Routers erreichen Sie die Tiere auch bei Weidegang. Sie erhalten Benachrichtigungen zum Gesundheitszustand und der Leistung Ihrer Kühe auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer. Noch bevor eine Kuh klinisch krank wird, bekommen Sie einen Hinweis vom System. Mithilfe der präzisen Überwachung können Sie außerdem den optimalen Besamungszeitpunkt bestimmen. Durch den reduzierten Einsatz von Hormonen und Antibiotika sparen Sie nicht nur Geld, sondern tragen auch zu einer nachhaltigen Landwirtschaft bei. Über unsere Multi-View-Funktion können Sie Ihren Beratern und Mitarbeitern Zugang zu CowManager ermöglichen und bestimmen, auf welche Daten Sie Zugriff haben. CowManager wird regelmäßig an Kundenwünsche angepasst und kann mit fast allen Herdenmanagementsystemen weltweit verknüpft werden. Somit verfügen Sie immer über neueste Entwicklungen und alle Informationen in nur einem System. Starten Sie mit CowManager ein effektives Herdenmanagement und verbessern Sie den Gesamterfolg Ihres Milchviehbetriebes.